Willkommen Freunde zum nächsten Teil. Kronos from the Ashes. Genau, wir haben es geschafft, sind ein bisschen weiter gekommen. Konnten die einen Stein hier aktivieren. Da habe ich mich doch tierisch drüber gefreut. Und ich vermute mal, wir müssen jetzt hier lang. Ich glaube, ich sollte auch mein Schild ein bisschen besser benutzen. Oder öfter mal benutzen. So, ich hoffe, die hinterlassen mal einen Splitter oder so. Nö, nix. Nö, jetzt werfen die hier sogar Schildkriegen. Ja, mal gut, wir halten hier noch ein bisschen was aus. Ja, von daher. Na, sehr nice. Wir haben wieder einen Splitter. Oha. Das ist doch jetzt hier wieder so ein Riesentempel, oder? Hm, Kommentar. Hier, da fehlt uns irgendwas, um das einzusetzen. Wie sieht es hier aus? Können wir da irgendwas aktivieren, oder so? Okay, dann müssen wir halt noch ein bisschen sammeln. Das ist ja schon mal gut. Dann müssen wir wenigstens, dass uns noch was fehlt. Wo immer das auch ist. So, wir können ja auch mal in die Richtung laufen, hier. Wo kommen wir nicht sogar von hier? Nee, die Tür ist zu. Also kommen wir von hier nicht. Schon mal gut zu wissen. Oh, was haben wir denn da? Ah, Secret Room, ja. Du fühlst, wie seine Energie, deine Muskeln, deine Knochen durchdringen. Und du weißt, wenn du ihn brauchst, wird der Blitzstein eine Explosion Elementarkraft freisetzen und deine Gegner kurzfristig betäuben. Sehr gut. Das sind alles Dinge, die können wir noch einsetzen. Also wir haben jetzt, glaube ich, vier Steine mittlerweile. Das ist doch schon mal sehr gut. So, da unten ist auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob es da irgendwie weitergeht, aber ich will da jetzt auch nicht einfach so runterfallen. So, hier ist noch eine Tür. Okay, eine alte Mumie. Sehr interessant. Muss ich die auch erwecken oder so? Kann natürlich sein. Tür ist zu. Lässt sich auch leider nicht aufschließen. Hier ist noch was zu lesen. Da ist schon wieder eine Kiste, das ist sehr gut. Gucken wir jetzt mal rein. Meistens ist das immer nur ein Bonus. So. Ah, Splitter wieder. Sehr gut. Neun haben wir jetzt. Vielleicht können wir... ... jetzt auch unsere Waffe wieder verbessern. Ja, geht sogar. Super. Mehr sehe ich aber hier nicht, dass wir gehen wieder nach oben. Genau, hier waren wir ja auch noch nicht. Ich habe fast gedacht, das sah so aus schon. Hm. Ich kann mir da jetzt mal runterfallen. Ich glaube, das könnte man machen, oder? Nee, das geht nicht. Ach. So ärgerlich. Immer wenn ich denke, man kann da runterfallen, kann man da nicht runterfallen. Natürlich klar, dass die wieder da sind. Natürlich alle wieder gerespawned, weil ich ja erwacht bin. Und zwar am Stein. So, jetzt gucken wir nochmal. Das war... ... was gerade ausging, wo ich das eingesammelt habe. Ich glaube, wir mussten hier weiter. Gucken wir mal, ob er sich das gemerkt hat, oder gespeichert hat, dass ich den Stein da oben runtergeworfen habe. So. Jetzt gucken wir mal. Das hat er sich gemerkt. Okay. Das heißt, ich muss da irgendwie runterkommen. Auch ein Seil, oder irgendwie sowas. In der Art. Hier gibt es nichts, weil... Also ich vermute, weil es hier ein Seil kriege, ich hier gucke, dann kann ich das Inventar öffnen. Das würde ja bedeuten, dass ich mich da abseilen kann. Also gehe ich mal stark von außen. Oder es ist so... ... dass ich hier lang muss und gleich sehe, wo das... ... runtergefallen ist. Genau, da oben habe ich den Sockel runtergeschmissen. Okay, prima. Diese Statue habe ich da runtergeschmissen. Wie geht hier jetzt die Tür denn hier aus? Oh, toll. Da muss ich hier auf jeden Fall rein. So, und jetzt fehlt mir aber was, äh, sowas wie ein Seil oder so, dass ich mich da abseilen kann. Mal schauen, ob wir hier was finden. Hier ist nirgends was. Ah, hier waren wir noch nicht. Ah, wieder Levelaufstieg. Du bist, äh, du bist nicht gerade zeitbeseitigt, aber beim Gedanken an den Spektrums Werkzeug, die Eingeweide, die während des Einbalsimierungprozesses aus dem Kadam entfernt werden, wird hier übel. Ja, würde ich auch sagen. Hier lesen wollen wir das jetzt hier nicht. Was ist das hier? Das ist die Tür. Gucken wir doch mal. Ob wir hier noch was anderes finden. Ah, ein Vorzeigeobjekt in Sachen tödlicher Anmut. Gut, der Speer könnte sowohl Kunstobjekt als auch Kriegswaffe sein. Das ist doch nice. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ach, da ist das Seil, was ich brauche. Sehr gut, dann habe ich doch richtig gedacht. Das ist geil gemacht irgendwie so. Das gefällt mir. Der hat mich so an, an alte Spiele auch. Also jetzt im positiven Sinne. So, dass man genau wusste, ah, ich brauche ein Seil, dann kriegst du ein Seil und dann ist gut. Super. Mal schauen. ja genau hier sind wir richtig hier dran vorbei und dann müssen wir irgendwo eine treppe nehmen es war die hier dann können wir uns abseilen wieder weiter speichert auch das haben sie besser gemacht als bei remand remand hast du ganz oft was verloren an speicher also an spielstand ja ich das alles klar muss die wahrscheinlich noch mal kombinieren hier ich schaden meine ax 80 106 auf jeden fall nicht schlecht so ist mein inventar zwar müssen wir wahrscheinlich den haken kombinieren das zeigt keine wirkung so sehr gut kletterseil werde ich das hier anwenden ob ich dem trauen würde naja aber scheint ja zu halten schon ein bisschen was altägyptisches hier finde ich dass man nicht an irgendwas vorbeilaufen ist nichts weiter hinterlass noch mal ein splitter für mich wollen sie nicht garzig leiter aber bevor ich die leiter benutze ich hier noch mal jawohl jetzt haben wir drei von drei sogar das war doch schon mal ganz ein nicer move von mir die leiter auch benutzen natürlich bitte an der seite wo die sprossen sind dankeschön ich hoffe das ist auch wieder ein splitter ich hoffe das ist auch wieder so die tür haben wir aufgemacht aber hier ist auch noch was so einfacher behälter fühlt sich überraschend fühlt sich überraschend schwer an geht da gleich ein tor auf mal das habe ich mir schon gedacht dass da auch noch was liegt diese form des juwels gleicht nichts was du bisher auf dieser seite des weltensteins gesehen hast okay prima Oh. Jetzt gibt's Kloppe, ne? Wir können mit dem reden. Vielleicht werde ich mich davon trennen. Wenn sich das Paxultec als würdig erweist, Rätsel werde ich stellen. Dreimal darf es raten. Oh. Hör gut zu, Paxultec. Ich lebe nicht, dennoch wachse ich. Ich habe keine Lunge, dennoch muss ich atmen. Ich habe keine Zähne, dennoch verschlinge ich alles. Was bin ich? Ein Baum. Ah, doch nicht so klug. Enttäuschend, aber nicht überraschend. Wisse dies, Paxultec. Was ich nun tun muss, bereitet mir gut. Ja, ich denke, er... Das gibt's ja nicht. Ich denke, er hat gesagt... Er sagt drei Rätsel auf. Ah, ne, drei Antworten darf ich geben. Hm, wer weiß. Oh, man hätte eigentlich keine Energieanzeige. Oh, ich komme aus der Ecke weg, ja. Also bekämpft. Das elegante Instrument teilt sich in zwei perfekte, symmetrisch leicht gebogene Teile. Okay, ich weiß auch, wo wir die einsetzen müssen. Schon mal gut. Die Frage, kann ich jetzt hier runterfallen? Ja, hat sich hingehauen. Vermute mal, dass Danny ja auch abkürzen kann. Genau, und zwar müssen wir hier wieder zurück. Ja, 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 ja. Zwar... Entweder war das hier... Nee, hier war's nicht. Ich weiß, wo ich die Flötener einsetzen muss. Deswegen renne ich jetzt mal. Ja, komm. Oh, Levelaufstieg, sehr gut. Und wieder ein Splitter für mich dargelassen. Das feiere ich ja immer. Aber das heißt, wir müssen hier rüber. Ich komme jetzt gleich runtergesprungen. Ein bisschen blocken. So, Splitter, danke schön. Noch ein Splitter, danke schön. So, ich glaube, wir müssen jetzt gerade aus. Wir geben die Punkte aber erst mal. Lebenskraft. Das muss auf jeden Fall gestärkt werden. Wann kann ich eigentlich meine Axt wieder verbessern? Okay, da fehlen noch welche. Ah, genau hier. Wir müssen eigentlich einen Grundbrunnen stampfen können. Jawohl, der ist auch weg. Splitter? Nee, nichts liegen gelassen. So, da hinten können wir jetzt die Trompeten einsetzen. Ach, da ist eine Brücke. Ich habe gedacht, das wäre ein Tor oder so. Das ist ja auch spannend. Jetzt geht es rechts lang und links lang. Und gehen wir erstmal hier lang. Die wollen wir den beiden ja fertig. Und mal gucken, ob hier noch was war zum Einsammeln oder so. Das ist aber auch nice hier. Okay, da kann ich denn das Siegel einsetzen, vermute ich, oder? Wenn ich da reinkomme. So, dann gucken wir erstmal hier, bevor wir da rüber gehen. Sehr gut. Ich vermute mal wieder einen Splitter. Nee, wieder. Kleine Substanz. Hier komme ich nicht weiter. Das heißt, wir müssen uns um den Typen da hinten kümmern. Stecken wir uns hier nochmal kurz. Weil ich werde jetzt hier nochmal Kraft erhöhen. Jawohl, 35. Okay, haben wir auch erledigt. War gar nicht so schwer. Ja, mittlerweile auch ganz schön Kraft. Gibt es auch nichts zum Einsammeln. Okay, da hat mein Schild mir auch nichts gebracht. Super, das ist auch platt. Ah, der nächste Stein. Die Tür ist verschlossen. Ist auch ganz gut. Ich liebe verschlossene Türen. Da muss man nicht so weit laufen. Dann hat man, wenn man drei Türen hat und alle wären auf. Das ist dann immer so vom Orientierungssinn her nicht so schön. Bin ich immer ganz froh, wenn es noch verschlossene Türen in Spielen gibt. Oh. Keine Energieanzeige. Ach doch, jetzt. Hatte die Blocken aber fett. Den müssen wir mal andere Späge nehmen. Dann muss ich auch blocken. Dann muss ich auch blocken. So, wir hauen jetzt hier erstmal ab. Wir heilen uns erstmal. So, genau. Können wir uns erstmal um den hier. Super, dass die sie einzeln angegriffen haben. Wir haben das ja vorhin gesehen, wenn die zusammen in der Ecke sind. Da hinten, da hast du kaum eine Chance. Oh. Heiliger. Shit. Ich hoffe, ich kriege die in der Ecke fest. Die einfache als ihre beiden Helfer. Das ist mit Absicht so gemacht, dass ich da noch mal voran bin. So, ein Gegenstand, der offensichtlich für Zeremonien und Rituale gedacht ist. Der Blick gleitet über die langen Linien des Stabs hin zu den riesigen tieforangenen Juwelen am Kopfstück. Okay. Ist hier irgendwie noch ein Secret oder so? Ne, ist keins. Aber wir hatten ja vorhin auch eins gesehen, ne? Weil es so komisch schwammig war. Der Hintergrund und dann ist man da durchgelaufen. So, dann wollen wir mal gucken. Hier ist noch eine Plattform. Müsste hier das Tor aufgehen, oder? Ah, super. So muss das sein. Ich muss immer ein bisschen schneller sein. Dann geht das. Splitter. Sehr gut. Oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh, okay. Jetzt reicht es ja für den hier noch. Jetzt will ich mal was gucken. Wir können, glaube ich, sogar noch was kombinieren. Und zwar Oh. Falsch. Die Drachensplitter. Kombinieren wir mal mit dem Drachenöl. Machen wir nochmal. Ja, und das machen wir nochmal. Drei Mal haben wir die dann. Und wenn wir dann auf unsere Waffe gehen. Und zwar auf die Axt. Vielleicht können wir die dann Ah, entweder wir sie verbessern. Sehr gut. Also das nächste Mal brauchen wir fünf davon. Macht eigentlich unser Schwert. Äh, nee, unser Schild. Da können wir nichts verbessern, ne? Nee. Kann er schauen. Ich glaube, wir lassen das erstmal so. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe. Okay, da kann ich auch. Falsch. Falsch. Inventur. Ah, sehr gut. Öffnet uns immer wieder Türen. Ja. Aus dem Hinterhalt. Und mehr habe ich nicht, ne? Nee. Das war's. Warum ich das jetzt machen musste? Keine Ahnung. Hat ja nichts gebracht. Auha. Okay, das war's. Jo, Stufenanstieg sehr gut. Zwei auf Kraft. Jawohl. Oha, was ist denn da hinten für einer? Sehr gut. Auha. Ja, da haben wir schon mal gegen gekämpft, gegen so einen. Ist gar nicht so stark. Oder so, wie es sich aussieht. Sehr gut. Ob das hier in der Ecke vergessen oder so? Nee. Ich bin ja, da haben wir noch. Ja, da座して. Oh, komm, naja. jawohl Oh. Oh, den fallen wir immer wieder durch. Ist ja übel. Okay, laufen wir mal so. Vielleicht so. 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 So, beim anderen Raum. Könnte man es hier so ähnlich machen, würde ich sagen. Wir laufen erst mal hier. Dann laufen wir nach da. Laufen wir nach da. Dann noch da. Und dann noch da. Yo. Oh, Gott, das ist schön. Oh, ein Krampf. So. Unser Leben ist wahrhaft ein glückliches, denn wir haben das Privileg, den einen von vielen verehren zu dürfen. Sterbliche Gesichter lügen. Da sie nur eine Seite zeigen, ein Gesicht und alle Emotionen und Absichten zu kommunizieren, liegt ihnen gerade zu... Äh... Sehr... Sehr... Was? Liegt ihnen... Sehr rad zugrunde? Egal. Wenn die hier nicht lesen. Komisch geschrieben. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Die Tür ging auf. Warte mal, hier oben ist ja auch was. Nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre noch irgendwas Spezielles. Okay, die Tür kann man entriegeln. Oh, da haben wir noch... Ein, den machen wir erst mal platt. Okay, stimmt, hier waren wir auch schon mal, glaube ich. Quasi die Abkürzung. Die Tür ging dann ja vorher nicht auf. So, dann gehen wir mal runter. Oh Gott, wie schön, ey. Das kann ja was werden hier. Oh Gott, wie schön, ey. Oh Gott, wie schön, das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ja, aber ein Stufenaufstieg, sehr gut. Dann nix über vernünftige Stärke. Nehmen wir die Tür auch auf. Ja, die ist zu. Prima. Da können wir denn unsere Waffen auch mal verbessern? Wir sammeln jetzt noch mal ein bisschen. Ei. Wir haben da jetzt gelandet. Boah, das ist ja übel. So. Oh. Ich ahne böse, dass wenn die Tür aufmachen geht das Pendel los. Irgendwas Spezielles in dem Raum? Nee. Habe ich mir doch gedacht. Hier gibt es einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit. Sieht jetzt hier aus. Sehr gut. Super. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Jawoll. Okay, dafür kommen natürlich gleich wieder die nächsten Gegner. Die Kraft hat er ja und wir werden immer stärker, das ist das Gute. Okay. Das ist schon noch einer. Alter, wer ist das denn? Den sollte man nicht anfassen. Ich muss natürlich erstmal wieder gucken, wo wir lang gelaufen sind, aber ich glaube, wir sind hier unten lang gegangen. Auf der Treppe ist das totale Schiss. Genau, wir mussten hier runter. Also. 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 die Tür war ja zu. fallen wir hier wieder runter stärke vergeben so die tür ist aber wieder auf das gut super kann man da runterfallen mann 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 bin extra vor den abgehauen und falle ich darunter der weg ist auch wieder so lange und jetzt fange ich jetzt wieder an egal ich glaube an allen jetzt erstmal vorbei spare ich ein bisschen zeit die beiden kann ich ja noch mal platt machen ja 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 so jetzt aber völlig hier rein sehr gut jetzt geht es hier weiter ja völlig für die meiste macht da ja 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 so ab hier fall da nicht wieder die irgendwie rücke runter das kann man gar nicht sein ach warte mal hier geht's lang ja hab ich doch gesehen genau super jetzt mal gucken was passiert ist ja der ist platt so den mechanismus das den haben wir aktiviert und jetzt müssen wir mal gucken was passiert ist ist erstmal in dem raum selber nichts die tür vielleicht dann auf das ist ein automat hier neu schild dieses kleine runde schild liegt angenehm unter den arm da wussten wir das doch gleich mal aus abwehren 100 das hat aber abwehren 300 dann bleiben wir dabei das war nett gemeint aber danke danke okay das war so kann ich ob das richtig ist das jetzt hier so abhaue bocken dass wir diese steinerne figur alter die laufen ja echt hinterher das gibt es ja nicht hier fährt er mit ist er nicht aber oben nicht angekommen hier sind wir ja los kommt schon hier ist auch nichts dahinter auch nichts das hat man schon aktiviert weg ist er das ist der der nicht so stark ist wenn er stark aussieht super der ist auch weg wir haben bestimmt irgendwas übersehen ja also hier noch mal lang laufen ja rein folge hier noch mal hat der läuft als hätte sieben bein gebrochen oder so so jetzt noch mal denn da lang das hat ja letzt mal auch geklappt da lang hier lang so wir könnten unten lang wir könnten aber auch hier oben lang hier erstmal gucken hier noch irgendwas ist was wir noch nicht gesehen haben sehr gut wieder kraft können wir auch wieder rein ist der fahrstuhl merkwürdig müssen wir mal überlegen so ich glaube wir laufen noch mal hier lang hier tja oben geht es ja nicht lang jetzt ja auch mal kurz lesen alles klar Herr Kommissar wir laufen noch mal in den Untergrund tralali und tralala ist ja die Tür die immer zu ist ändert sich irgendwie nichts da sind wir schon durchgelaufen wir laufen wir hier lang ich weiß gar nicht ob wir da hinten schon waren haben wir hier schon scheint noch nicht bin ich aber glaube ich hier schon ja das haben wir schon geöffnet prima ballerina dann gehen wir nochmal zurück ich glaube wir hauen hier wieder ab was ist überhaupt für eine lange Wurzel da oben nochmal da hoch nochmal testen oh ja ich glaube da waren wir noch nicht oder das ist ja mal genial das war ein Zufall jawohl jawohl ja diesmal habe ich mein Schild auch benutzt das war auch gar nicht so verkehrt schwer in der Tür schwer in der Tür ich glaube hier waren wir noch nicht auf jeden Fall weit nach oben und zwar sehr weit nach oben ach jetzt sind wir da wieder okay da ist der Stein dann gehen wir da mal wieder runter ne wie geht das denn wir sind einfach gerade ausgelaufen das ist die treppe die immer nur jetzt von anderen seite geöffnet das ist doch jetzt hier ist der Ort der vorher nicht geöffnet war da brauchen wir wahrscheinlich ein lilanen kristall oder so ne ja wie bei der anderen Tür da braucht man eine orangenen wo kriegen wir den her tja dann müssen wir mal ein bisschen gucken ne hier hier schon ich da nicht immer runter fallen ja da sind wir hochgeklettert mit der Pflanze dann sind wir hier rein rechts links lang genau wir sind da lang gegangen wir gehen jetzt mal hier lang Hoffnung dass wir da irgendwas finden blauen kristall wäre nicht schlecht oder lila was das war ich hoffe ich sehen ja 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 da ist er ja 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 prima dann können wir den da hinten gleich einsetzen gut dass bei uns das gemerkt haben diesmal ist es aber auch nicht so weit das ist ja echt ein vorteil so genau von da sind wir gekommen und wir müssen jetzt hier links runter hier müssten wir dann müsste gleich die tür kommen hier mit dem kristall genau jawohl hier ist es inventar das müsste jetzt klappen mit dem lila der haut nicht hin komisch muss ich dir mit irgendwas kombinieren so leeres drachenherz zeigt keine wirkung noch einen anderen golem auge drachen steht da vor das leverand ohne schlüsselkarte da müssen wir hier erst was einsetzen wir müssen den hier einsetzen erst das geht nicht das geht auch nicht mal was ist denn mit dem aufziehen mechanismus geschliffener sagt 4 das geht auch nicht so merkwürdig das hier im zuge wabert ach hier geht es auch weiter hier können wir ihn auch einsetzen ja das ist ja auch super das klappt jawohl so wie ist denn der tisch angeordnet blau nach oben müsste das so gehen ne ja testen wir mal ich hoffe ja dass sich dann was tut das ist ein riesen sorgt ne super das müsste gehen um die tür dann aufzumachen gehen wir das mal in der türe und dann jawohl sehr nice das tor geht auf ja auch noch mal was anderes einsetzen können oh da ist eine tür hinter das hätte ich jetzt auch nicht gedacht krass ach du scheiße okay ja 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 Das ist ein Googler-Rechter, der hat ja seine Augen gefallen. Er verkriegt aber ordentlich was. Gut, dass wir schon so eine Stärke haben. Gut, dass wir schon so eine Stärke haben. Hier kommen nur einmal Ausnahmen. Gut, dass wir schon so eine Stärke haben. Gut, dass wir schon so eine Stärke haben. Gut, dass wir schon so eine Stärke haben. Die Stärke des Willens und die Kraft deines Arms werden ein neues Zeitalter einläuten. Mit dem Tod des Vielgesichtigen hast du deinen Platz Intelligenten eingekommen. Durch die Flammen von Art des Welt hast du dich gekämpft. Nächste Statue fällt. Ich möchte dir das mal so eine Schmerzen haben, wenn ich da den Gegnerbesieger schützt. Bald hat er keine andere Wahl, als sich deinem Zorn zu stellen. Geh, kleiner Krieger, setze dein Abenteuer fort und wisse, dass ich ein Auge auf dich haben werde. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal an den Stein hier und laden uns auf. Und dann, Freunde, würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und dann sage ich auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.